Fluffy, komm hier. Komm runter. Miau, 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 miau. Wo willst du denn hin? Komm zurück. Oh, eine Katze. Miau, miau, miau. Kannst du sie bitte runterholen? Wuff, ich versuch's. Komm her. Oh, oh. Die Türe ist verschlossen. Keine Sorge, ich lass mir was einfallen. Äh, äh, äh. Wir werden dein Kätzchen retten. Wuff. Rubble, spring auf das Katapult. Äh, äh. Bist du soweit? Eins, zwei, drei. Juhu. Eine weiche Landung. Wuff. Du kannst reinkommen. Fluffy. Wuff. Wuff. Fluffy, wo bist du denn? Sei vorsichtig. Was? Äh. Hilfe. Hol mich hier raus. Es ist verschlossen. Lass mich mal. Fluffy. Wuff. Du bist frei. Fluffy ist nicht hier. Und was haben wir hier? Oh, noch eine Türe. Das Kätzchen ist oben. Diese Burg steckt voller Überraschungen. Es muss noch einen Weg geben. Schaut mal, eine Höhle. Hier ist eine Klappe. Seid vorsichtig. Wow, ein Schatz. Hier ist eine Türe. Wuff, wuff. Miau, miau, miau. Ich sehe das Kätzchen. Fluffy, sei vorsichtig. Komm, kleines Kätzchen. Pass auf. Oh, ganz schön hoch. Vögel mögen Samen. Vögel mögen Samen. Schnell, komm, Kätzchen. Schnell, komm, Kätzchen. Schnell, komm, Kätzchen. Puh, das war gar nicht so einfach. Das ist unsere Belohnung. Puh, ist das heiß heute. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Hier gibt's Erfrischungsgetränke. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Guten Tag. Können wir bitte zwei Flaschen Wasser haben? Ja, natürlich. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Chase, der Verkäufer kommt mir irgendwie bekannt vor. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Lass uns spielen gehen. Äh, Chase, ich kann kaum mehr gehen. Geht mir genauso. Oh nein, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hä? Oh je! Ihr seid ja gefroren. Wie konnte das denn passieren? Uff. Ha 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 ha. Hahahaha. Uhhh. Puh, ich glaube ich taue wieder auf. Ich auch. Wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Ich habe keine Ahnung. Jungs, Mama sagt, wir sollen zum Mittagessen kommen. Okay. Spiel wir im Sandkasten. Los, kommt! Zeit für Plan B. Damit werde ich sie ködern. Wow, ein Knochen. Das war die erste. Und jetzt der nächste. Oh, wow. Haben die Paw Patrol Pups diese Türme aus Sand gebaut? Oh, was ist denn mit dir passiert? Helft mir auch, meine Freunde auszubuddeln. Dann muss Chase wohl hier verbuddelt sein. Wuff, wuff. Wie seid ihr denn da reingekommen? Keine Ahnung. Dieses Mal werde ich es ihnen aber zeigen. Jungs, Hilfe! Romeo! Kinder, bringt euch schnell in Sicherheit. Ah! Das war einfacher, als ich dachte. Wo sind sie denn alle? Rocky, pass auf! Romeo ist in der Nähe. Keine Sorge, Freunde. Ich lasse mir was einfallen. Was ist das für ein Lärm? Etwa noch ein Paw Patrol Puppy? Lass mich raus! Puh, danke, Rocky. Danke, mein Freund. Romeo will abhauen. Was sollen wir machen? Ich habe eine Idee. Jetzt bin ich aber gespannt. Habe ich dich. Juhu! Lass mich raus! Jetzt kann er keinen Unfug mehr anstellen. Rubble, sei in der Schule schönartig und treib keinen Unfug. Okay, Papa. Everest, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, natürlich. Na prima. Muah. ать Musik Viel Spaß, Kinder! Musik Papa, ich glaube, ich bin krank. Chase, ich kaufe dir das Licht ab. Du willst nur nicht in die Schule. Da ist der Schulbus. Na, steig ein. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Musik Auch das noch. Kinder, das kann eine Weile dauern. Ich muss den Reifen wechseln. Musik Hopp. 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 Hihi. Wart ihr schon mal auf einer Polizeistation? Nein. Wollt ihr euch mal eine anschauen? Na klar. Ah. 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 Chase, wir kommen nicht mit. Wir haben doch Schule. Sei nicht sauer. Pff. Angsthasen. Gehen wir, Rubble. Ah. Puh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Alle da. Gehen wir. Sie sind weg. Tschüss. Sollen wir das wirklich machen? Klar. Wir ziehen das jetzt durch. Rubble, schau. Hier bewahren sie ihre Waffen auf. Wow. Cool. Und wofür ist das? Wof. Hier werden die Verbrecher fotografiert. Komm. Wir machen ein Foto von dir. Haha. Okay. Bitte lächeln. Los, komm. Wir schauen uns mal die Polizeiautos an. Aua. Mein Papa fährt auch so ein Auto. Schau mal. Ich wette, da drin ist immer was Spannendes los. Tretet zurück. Ihr dürft euch hier nicht aufhalten. Äh. Hallo. Ich wollte meinen Papa bei der Arbeit besuchen. Dürfen wir bitte reinkommen? Na gut. Super. Komm, Rubble. Schau. Hier werden die Verbrecher eingesperrt. Oh oh. Und was, wenn sie ausbrechen? Quatsch. Die Gitter sind doch fest verschlossen. Ha. Ich bin frei. Hahaha. Hahaha. Oh. Chase. Da macht sich einer aus dem Staub. Hilfe. Polizei. Komm. Den schnappen wir uns. Wo sind die Schlüssel für die Handschellen? Hey. Schau, was ich hier habe. Scheiße. Sei ein braver Junge und wirf sie rüber. Komm und hol sie dir. Hehehe. Na warte. Oh. Chase. Lock ihn hier rüber. Alles klar. Ha, hab ich dich. Ja. Was soll denn das? Lasst mich frei. Uff, da ist der Ausbrecher ja. Papa, wir beide haben ihn geschnappt. Uff, sowas ist gefährlich. Und warum seid ihr nicht in der Schule? Oh, oh, ich glaube, jetzt bekommen wir Ärger. Und wenn schon, das war es wert. Juhu, wuff, wuff. He, he, wuff. Hui, wuff. Rubble, ich will auch Karussell fahren. He, he, he. Wer hat Lust zu schaukeln? Wuff. 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 Aus der Bahn. Die Paw Patrol Pups schon wieder. Die nerven total. Zuma, ich möchte auch schaukeln. Wuff. He, he, he. Ho, 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 ho. Ich weiß, wie ich die Pups für immer loswerde. Hä? Der sieht ja wie ich aus. Hallo. Wuff. Freunde, was geht hier vor sich? Wuff. 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 Hört sofort damit auf. Wuff, wuff, wuff. 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 Mein Plan geht auf. Wie es hier aussieht. So ein Schlamassel. Oh, die Polizei. Ich nehme euch mit aufs Polizeirevier. Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Die Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet. Ihr seid festgenommen. Keine Sorge, Jungs. Wir werden das schon klären. So, da bin ich. Ich musste noch. Wo sind sie denn? Was ist denn hier passiert? Gut gemacht, Pops. Und jetzt nehmen wir uns die Bank vor. Da sind sie. Äh, nein. Das sind nicht meine Freunde. Ich muss zur Polizei. Du zuerst. Der Nächste. Ich verstehe das nicht. Warum machen sie Fotos? Als seien wir Kriminelle. Das hätten wir. Warum sperrt ihr uns ein? Wuff, wuff. Jungs, was ist passiert? Ich habe eben eure Doppelgänger gesehen. Man hat uns geklont. Das sind böse Klone. Ich weiß, was zu tun ist. Wuff. Ich stelle ihnen eine Falle. Ein Knochen. Und noch einer. Hey, was soll denn das? Gleich habe ich euch. Diese Klone sind die wahren Verbrecher. Die sehen wirklich genauso aus wie die Pops der Paw Patrol. Oh, oh. Ich sollte mich schnellstens aus dem Staub machen. Lass meine Freunde frei. Dann schnappen wir uns den Bandenführer. Wartet auf mich. Hier werden sie mich nie finden. Ich nehme seine Spur auf. Aha. Haben wir dich. Jetzt kommst du ins Gefängnis. Wuff. Das werde ich euch heimzahlen, Paw Patrol. Bis zum nächsten Mal.